moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und herzlich willkommen ja wir sind bereit zuletzt play together gdr 5 live kommentiert jo also heute habe ich natürlich mal ein bisschen was vorbereitet was wir machen also wir gehen auf mount gilliard machen dort ein bike monster based jump und wir jagen tiere im wald weil es einfach geil ist tiere zu jagen die fressen sonst die ganze rinde hier weg halt bambi bambi nein bambi oh arm ist bambi ist leider tot oh kacke ich hoffe die boden sehen mich jetzt hier nicht und sehe mich ja gleich raus so ego perspektive scheiß pfahl auf zum mount gilliard oh gott ja blatschuss jetzt ist oder ist noch was habe ich doch in meinem windschatten gesehen das bambi hallo bambi 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 oh ich habe echt eine gute treffer kd wenn das ein black ops auch so wäre na wäre ich gut naja das ist kein black ops so gucken wir mal nächste seilbahn müsste gleich komme da kann ich da gleich einsteigen und losflitze oh da läuft der puma rum soll der puma die oma fressen und nicht mich ich höre doch da was da muss doch gleich was kommen auch die seilbahn die lässt sich noch ein bisschen zeit da können wir uns ja noch an dieser frau vergnügen was nehmen wir denn am besten das hier moin moin was tust du da machst du jetzt einen auf titanic oh you will my dreams war ja nun spaß super da kommt die seilbahn 50 stunden kilometer schnell oh ein sicherheitsstahlseil hält die kapsel fest und 10 dollar nach oben so da sind wir fallschirm an sniper raus jetzt gucken wir ob wir ein paar wanderer treffen weil die können wir dann mit der sniper am besten abknallen so ein double schuss dreifacher schuss wenn die gerade günstig sind die vögel können wir auch abknallen finde ich auch voll lustig ich hoffe der sand funktioniert wie ich mir das vorstelle so der helm ist an genau das sind die wanderer jetzt müssen wir mal ganz leise sein heute youtube gamescore muss ich mal ein bisschen konzentrieren achtung er sieht aus wie justin bieber 20 jahre älter und ein bisschen schrumpeliger so justin sag dein letztes baby oh wow baby baby gute dacht justin oh nein der bodyguard ist auch tot so oh die bremse funktioniert nicht mehr die bremse funktioniert nicht mehr da 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 hab ich kein fallschirm scheiße was denn das für eine schrotte ich hab doch ein fallschirm gehabt der ist aber nicht aktiviert treffer ist zu fett geworden echt dieser fette treffer muss man ein bisschen abnehmen aber ich müsste jetzt wieder direkt vom krankenhaus respawn das ist nämlich immer so und das bedeutet der köter müsste wieder da sein ja mein lieblingsköter ich liebe diesen hund einfach nur und ich werde als tierquäler bezeichnet und was weiß ich ich meine findet ihr das ist tierquälerei was ich hier mache aber netten schwanz hat er können wir mal angucken und somit sage ich ciao bis zum nächsten mal euer youtube games go auf der playstation 3 ja der tierquäler guck mal aber er bellt noch ein bisschen bellt mal oh braver hund bewegt dich komm bewegt dich ah er bewegt sich also er hört sogar noch besser geht es nicht ich sage ciao bis zum nächsten mal euer youtube games go auf der playstation 3